Und we can be so much more than who we are, so much more than who we are, we can, we can. And leave me deep in the world, the world just falls apart, have to rise above me, oh, we can, we can. Hallo und herzlich willkommen zu TukiTV Folge 2. Wieder einmal wollen wir euch die fantastischen Welten des Freizeit- und Geiselwins näher bringen. Und da kommt auch schon mein Freund Tuki. Und, was denn? Was? Du möchtest uns deine Lieblingsspielplätze zeigen? Ja, dann los! Tuki, nicht so zerren! Tuki, ich komm doch schon! Und wir beginnen als erstes hier bei uns in der Drachenbucht auf unserem Erlebnisspielplatz, unser Drachencamp. Und wie man sieht, hat Tuki schon einen Heidenspaß. Und wie man sieht, kann man hier auch wunderbar klettern. Und natürlich kann man sein Glück auch beim Goldschürfen versuchen. Und bei diesem ganzen Spielspaß dürfen die Eltern natürlich auch mal entspannen. Auf unserem Abenteuerspielplatz hier im Piratenareal hat die ganze Familie Spaß. Freibäuter und der Obra sind hier zu Hause. Und nicht nur die Freibäuter, sondern auch Captain Tuki hat hier seine helle Freude. Und wie ihr seht, kann auch Tuki bei uns in der Safari-Welt Vollgas geben. Bei uns im Safari-Land gibt es auch einen fantastischen Wasserspielplatz. Feucht-fröhlich. Oder, Tuki? Ah, Tuki. Also ich muss sagen, bei dir gibt es echt viele Spielplätze zu erleben. Aber jetzt ruhen wir uns etwas aus und dann gehen wir zu deiner verrückten Farm. Ja, Tuki, ist schon gut. Unser Bauernhof-Spielplatz ist für die ganz Kleinen natürlich ein großes Erlebnis. Und selbst bei Regenwetter, ja, ein Heidenspaß. Komm, wir fahren Trecker. Heuhaufen voraus, Tuki, komm, gib Gas. Guck mal, Tuki, eine Kuh voraus. Tuki, füllen wir vorsichtig, genau. Und geradeaus, geradeaus. Und so eroberten wir mit euch zusammen die Spielplätze hier bei uns im Freisland Geiselwind. Das war die zweite Folge Tuki TV. Lasst euch weiterhin verzaubern von uns. Bis auf bald. Ciao. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr hier die letzte Folge sehen, dort uns abonnieren oder hier unsere Social-Media-Accounts finden. Tuki? Tuki? Das ist die Endcard für YouTube. Da muss man stillstehen. Tuki, sitzt du auf den Ohren oder was?